Hallo Leute, hier ist immer wieder euer Barbara Benny und heute spielen wir Township. Ja, ich weiß schon, wie man das macht. Das habe ich schon vor Jahren gemacht. So sei es, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, weil es langweilig wurde. Ich weiß schon, wie das geht. Was ist das? Das bewegt. Was ist das? Uff! Das war's für heute. Pfff... 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 Übrigens hier bei dem Ding können wir auch die ganze Karte sehen. Township Einwohner 60 7 7 10 10 15 14 16 Untertitelung des ZDF für funk WDR. dieses spiel habe ich noch nie gespielt glaube ich und 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 hu und 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 Das war's für heute. Ich habe meine Kohl-Tock-Gerl. Äh, weiß ich leider nichts, ich verkaule ihn nur zu. Diese Gebiotika- Äh, äh, ich kann das kaufen? Ich kann das jetzt schon kaufen? Ich bin jetzt noch ein paar Wartels. Das war's für heute. Ja, das muss ich dann noch zurechtig werden. Ja, ich weiß nicht, ob das Land wird. Ja, ich weiß, wie das geht. Nur einer? Ich weiß nicht, ob das Land wird. Ich weiß nicht, ob das Land wird. Ich weiß nicht, ob das Land wird. Das war's für heute. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 15. Ah ja, hier kann ich ja die Sachen noch verkaufen. Ach, das geht immer so sehr, dass es auch die Strecke gibt. Ach, mein Brot. Du, das würde toll. Hallo. 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 Ich habe es schön auf die Runde. Es ist schön hier. Ich habe es schön auf die Runde. Ich habe es schön auf das Runde, als ich aus der Runde. Ich habe schon mal einen Runde. Ich habe es sehr gut, aber ich habe es sehr gut. Ich habe es schon wieder auf die Runde. Ich habe es schon caucht. Das Kind will in die Schule gehen. Was ist los, den Mensch, äh, es ist nicht jemand von heutzutage geworden. Was will in die Schule wollen? Das ist doch nicht toll. Jo, immerhin einen Schein. Ich find's so geil, aber mit der Scheide doch nichts mehr zu sagen. Guck mal, der Bastard versucht mal wieder irgendeinen Tritt zu machen. Mach mal was, hallo. Warte mal. Äh, auch ganz schnell, die haben wirklich die Eingekäcke weg. Über den Einkauf bringt davon noch sein Kind zur Schule. Das Kind geht dann raus und versteckt sich im Auto. Auf ganz ehrenvoll. Ja, ja, wir brauchen mehr Häuser. Wir brauchen mehr, äh, jajajaja. Wir brauchen mehr Geld. Ja, das ist nicht andersrum. 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 Das Spiel spielt eigentlich nur mit Maus. Ja, das ist nicht andersrum. 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 Applaus Von Peking, oh natürlich, von Peking, hier war Münster Gold. Ich denke da jetzt schon wieder krass, weil ich jetzt schon was nicht so will. Ich hab keine Milch. Ich habe es nicht so will. Ich habe es nicht so will. Grrrrrr also ich finde das gebäude so cooler als repariert mag verlassene gebäude aber dem geb ich weiß weil der ehrenmann ist es ist ja kein lehrer er gibt dem ehrenmann war ja endlich kranken kranke leute kann ich es endlich sehen mir doch scheiße mein schuh ist kaputt deshalb fehlt da vorne die kamera klingelt wieder muss ich nicht verkleben ich freue mich erst mal was dieses stück schießt das ist ein kleiner tipp facebook holt er jetzt fest ok er holt mir facebook und ich muss das haben als egal ich weiß meine handbeldaten ich bin froh die also was ist von dweb Oh, aber... Ja, das war 184. Ja, deshalb mag ich ja auch weit. Ich weiß noch, ob man für viel ist. Das ist schon für fast alles. Juhi! 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 Das Stück Scheiße ist niemal erneuernd. Oder was gesagt, veraltend. Das ist jetzt hier. Haus des Glücks. Ach, die Lotterie. Oh, Stadtmarkt. Das Labor. Die Gießerei. Die geht aber erst mit den Dings. Und da ist ein Globus. Und ich konnte das noch nicht mal lesen. Muss ich mir mein Video selbst noch angucken. Zentralmuseum. Zentralmuseum. Und so, wo das geht. Zentralmuseum. Das ist ein Werk. Werkzeug finde. Stufe 65 nötig. Ach, Brody. Was für Schweine. Da konnte man früher Erze und sowas in Münzen und ballern. Das war das Geilste. Jetzt haben wir das draußen. Ist das Schweine. Aber wenn ich jetzt hier auf diese Uhrzeit gucke. Ich bin noch übrig, sondern bis zu einer Stunde. Denk ich mir auch so. Das war's jetzt mal im Video. Lasst ein Like und... Ah, oder haut daran. Bis dahin. Tschüss. Und aktiviert die geile Glocke. Danke. Tschüss.